Fünfte Minute. 1 zu 0. Mees macht seinen ersten Treffer als Spieler von Union Berlin. Und da ist Mees zum zweiten Doppelpack. Union sehr, sehr giftig. Insbesondere über Mees. Und da ist Polter. 3 zu 0. Raum mit dem Fehler. Abdulai setzt Klasse nach und Polter holt den Doppelpack. 56. 4 zu 0.